Willkommen zurück. Er redet noch. Es gibt jetzt ein Arbeitsgesetz. Jetzt musst du noch Arbeitserlaubnisse überprüfen wahrscheinlich. Okay, technische Inspektion. Im Rahmen des statischen Bundesamts durchgeführten Grenzverkehrsbehebung sind die Grenzschutzbeamten, man, in Deutsch ist das richtig gut, ja? Also so ein Spiel an der deutschen Grenze, Alter, da wird keiner durchgekommen. Ich bitte jedoch, dass ein schlechter technischer Zustand des Fahrzeugs kein Grund ist, die Einreise zu verweigern. Ah, okay, wir müssen das anmäkeln, aber sie durchlassen. Liste der unbrachbaren Berufe. Das neue Arbeitspflichtgesetz führt Regelungen für die Einreise ins Land ein. Jeder Ausländer, der zum Arbeiten kommt, muss eine gültige Arbeitserlaubnis haben. Außerdem ist Menschen mit den folgenden Berufen die Einreise untersagt. Künstler, Lehrer, Journalist. Journalist? Schwungler, Kennzeichen YG. L, Schwarz, Auto und Altersfahrt 53. Okay. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Willkommen in unserem großen Leichenland. Ja, willkommen und aussteigende Herr. Und Papiere zeigen. Ja, Mr. T. Samir Sauer, Samir Sauer, Samir Sauer. Ah, ich hätte jetzt gesagt, das stimmt über ein. G, R, T, D, Z, 2, Y, D. Z, 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 D. Ah, ist abgelaufen. Alter, gültig bis 21. März. Wir haben April. Arbeit. Aber was für eine Arbeit steht das da drunter? Aha. Künstler. Ist nicht erlaubt. Jetzt gucken wir jetzt mal, Künstler ist nicht erlaubt. Richtig? Künstler, Journalist. Ja. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, mein Freund. Das ist schon, äh... Unterste Schublade. Künstler. Abartig. Künstler und Journalisten sind in unseren östlichen, äh, öster europäischen Ländern eh, äh, nicht erwünscht. Freigeister. Ekelhaft. Oh, ich wusste, die Taschenlampe noch. Okay, er ist Künstler. So, es stimmt nicht über einen. Das haben wir schon markiert. So, da müssen wir gerade mal gucken. Da ist nix. Da sind keine Icons. Das Nummernschild sagt nix. Da sind noch Koffer. Jetzt überprüfen wir die mal. Also. Gepäck. Hä? Stimmt doch gar nicht. Reinigungsmittel. Ach, das gilt als Gepäck alles. 7, 2. Das ist korrekt. Kontrollbericht. Foto, Fracht, Brief. Ist korrekt. Name, Nachname. Ist korrekt. Äh, kaputte Reifen. Ach so. Kaputter Reifen. Einer. Wie mache ich das mit meinen Scheinwerfern? Sehe ich das überhaupt? Das ist ja heftig. Was gibt's noch? Fehlende Spiegel. Fehlende Stoßstange. Defekte Karosserie. Ja, wir werden das... Wir kriegen da irgendwann ein Euklein für. So, es tut mir leid. Du bist abgelehnt. Halt, Moment. Ach, das hätte ich noch machen müssen, dass er Künstler ist, ne? Mal gucken, ob es jetzt perfekt ist oder nicht. Der nächste kommt schon mal rein. Künstler, ekelhaft. Ach so, war er denn Ausländer? Das hab ich gar nicht geguckt. Und aussteigen, bitte. Ja. Ja. Rechtfertig, immerhin. Das ist korrekt. Das brauchen wir nicht gucken. 35. Künstler. Ist er Ausländer? Er ist Ausländer. Okay, dann wollen wir mal. Hallo. 799 XD. Kaputter, aha. Kaputter Scheinwer. Rücklicht. Oder kaputtes Rücklicht? Kaputtes Rücklicht. Ja. Nichts drin. Stoßstangen noch da. Schwarz steht da. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Also. Du bist Ausländer. Du, äh. Der Frachtbrief ist korrekt. Irgendwas müssen wir doch finden. Jetzt ist nur ein Rücklicht kaputt. Aber er ist Künstler. Können wir das hier, müssen wir das hier eintragen? Aktuelle Bestimmungen. Du musst leider gehen. Was ist denn du? Arosko, Varishu. Der nächste Künstler, bitte. Ich meine, was auch immer. So, wer ist nicht beim nächsten Mal repariert, falls ihr mir wieder einreisen dürft. Hey, der bricht da ja durch. Das gibst du nicht. Ich brauche ein schnelleres Auto. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Nee, den kriegen wir nicht mehr. Ich würde gerne rausschießen. Oh, das wird knapp. Okay, wir müssen uns ein besseres Auto kaufen. Da sind wir ja einen halben Tag unterwegs. Das gibt es doch nicht. Nein! Ach, das ist, wie nah ich dran bin oben. Nicht, dass er entkommt. Ach so. Ich kann hier die Knarre nicht ziehen. Okay, ich werde ihn abschneiden. Wenn das funktioniert. Nein! Nein! Ach, scheiße! Oh, gibt's doch nicht. 250! Ich wollte jetzt den Weg abschneiden. Der kann doch gar nicht aus dem Gebiet hier rausfahren. Das Land ist ja nicht besonders groß. Ach, blöd. Na gut, Lektion gelernt. Mein Gott, jetzt bin ich aber beleidigt. Das lasse ich mir nicht nochmal bieten. ist da einfach durchgefahren. Blöder Sack. Unfassbar. Der nächste. Wir machen die noch fertig und dann müssen wir mal gucken. Ach, das gibt's doch nicht. Das war auch ein Schmuggler. Soll ich den Tag nochmal machen? Ne, mach ich nicht. Ich muss damit leben. So, jetzt haben wir noch den schwarzen und den YG so und so. 58, aha. Heuballen. Na, wenn das mal Heuballen sind. Ah ne, das war das mit dem Alter. Er ist das nicht. So, Stoßstange da. Licht da. Reifen da. Reifen nicht platz. Stoßstange hinten ist da. Rückspiegel da. Ist auch da. Neun Heuballen. Neun Heuballen. Was ist denn hier los? Dann wieder zurück. Okay, was haben wir denn hier? Der will hier gar nicht arbeiten. Der ist auch aus dem Land. Ja, dann. Würde ich sagen, mein Freund. Alles perfekt. Bitteschön. Vorbildlich. Der Nächste. Pass bloß auf, Freundchen. Kann ich das Auto nicht einfach direkt... Aus dem Auto, sofort! Perfekt. Ausgangspapiere, bitte. Ausgangspapiere, bitte. Hm. Okay, Ausland. Kein Arbeiter. Okay, Lichter sind da. Reifen sind nicht platt. Spiegel sind da. Stoßstange sind da. Also, ich sehe nichts kaputtes. 2, 4 ist auch richtig. Mein Gott, was ist denn hier los? So, aus welchem Land kommt der? Ach. Ach, nee. Die sind immer noch verboten, ne? Nee. Nicht mehr. Kann rein. Irgendwas vergessen? Nee. Die dürfen rein. Bestimmt irgendwas verkackt. Ich weiß es ganz genau. Genau. Ich hätte das nur noch ein Stück noch überprüfen sollen. Puh. Ich bräuchte ein schnelleres Auto. Teuer, aber wir brauchen es. So, dann müssen wir noch mal gucken hier. Also. Also. fahren wir jetzt mit dem Bus, weil, ich weiß nicht, der Gefangene kann, glaube ich, nicht in den, äh, in den anderen. Dann. Vielleicht kann das doch, aber... Aufräumt. Nee, okay. Dann fahren wir jetzt erst mal. Wir brauchen nämlich Peanuts. Penunsen. Dann erst mal zum, ähm, Arbeitslager. Sollen wir diesmal den Überfall irgendwie abwehren, oder so, falls die... Guck mal, jetzt fahren die Autos hier rum, die wir überprüft haben. Das ist ja lustig. Ich muss mal die ganzen Orte durchforsten. Vielleicht machen wir das heute auch mal. Wir bringen jetzt den Gefangenen weg. Guck mal, hier ist bestimmt auch irgendwas. Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. 70 hat das gebracht. Was ist das hier? Monitol für Schrotflinte. Okay. Leiche ziehen. Warum wabbelt der so? Der, der. Es waren noch vier. Hier waren zwei. Na ist ja geil. Jetzt gehen wir mal hier gucken, was hier so ist. Hier ist nur ein Stromhäuschen. Noch. Noch. Ups. Meine Güte. Hier schade, dass ich nicht die durchluten kann, die meine Basis ergreifen. Das ist schon äußerst blöd. Achtung! Ich muss aufpassen, ich glaube, das Auto explodiert gleich. 130. 130. Oh ja. Also das Autofahren ist echt smooth. Ähm. Nein! Auti! Scheiße! Schon wieder Geld verloren! Und jetzt kann ich fast traveln? Ich habe kein Auto mehr. Ich glaube, wir müssen den Tag wiederholen. Okay. Scheiße! Ich glaube, es ist besser. Es ist besser. Okay, komm. Wir wiederholen den Tag. So. Dann wird die Folge was länger. Freut euch doch. So! Also, wir kaufen als erstes einen schnelleren Wagen. Ich meine, ich kann den Bus auch aufwerten, ne? Aber ich will unbedingt einen anderen Wagen haben. Kann ich ihn auch bereitstellen? Ich meine, das müsste auch gehen, oder? So, die Tür ist schon offen. Okay, so. Kann losgehen. Ja, diesmal bin ich vorbereitet. Ich hoffe, das Ding ist auch überhaupt schnell genug. Aber was war nochmal mit dem? Der hat einen Platten. Es ist immer wieder was anderes. Okay. Also, ich glaube, du warst Künstler, richtig? Ne, der ist Journalist noch viel schlimmerer. Aha, Name stimmt nicht überein. Ich brauche uns mal ein bisschen Zeit. 7-2. 7-2 ist richtig. Er ist, äh, Ausländer. Name nochmal. Äh? Ein vorderliches Defekt. Kann es sein, dass die Stoßstange fehlt? Ne, da ist auch nichts dran. Gibt es gar keine Stoßstangen. 53 schwarz und es ist das gleiche. Okay. Ja, ich meine, er kann, er kann jetzt wieder fahren. Er ist ja Journalist. Ja. Sie können gehen. Der nächste. Ach, Mist. Irgendwas wieder übersehen. Raus. Papiere bitte. Okay. Gibt es das? Ach, da steht hier noch die Nationalität. Ich trottel. Ein Kühlschrank ist check. Check. So, er ist Künstler. Ist alles korrekt. Was, wenn ich Künstler drücke? Ne, es geht gar nicht. So, jetzt. Ich habe das vergessen. Tägliche Bestimmung. Genau wie beim letzten Mal, bei dem anderen. So, kaputt ist ein Reifen. Stoßstangen sind da. Lichter sind da. Rückspiegel. Es fehlt ein Rückspiegel. Fehlende Spiegel. Tut mir leid. Du kriegst, wir haben super viele Mängel und du darfst nicht ins Land einreisen. Und, nein. Das ist natürlich ein bisschen Verarsche, aber ich habe einfach zu viel Geld verloren. Oh, scheiße. Jetzt bin ich gespannt, wie schnell, wie schnell wir sind. Oh, wir sind auch schon viel schneller. Guck mal, er qualmt nämlich schon. Er ist nämlich gegen das andere Auto gefahren. Bleiben Sie stehen. Im Namen des Gesetzes. Ich bin das Gesetz. Ist er tot? Aha. Er hat jetzt volle Kanne gegen den Baum gerast. Noch ein anderes Messer. Ja. Lol. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen zurück. Das war cool, oder? Guck mal, ich kann noch ein Gefangene hier reintun. Das ist ja geil. Das wird unser Hauptauto hier. Das ist die neue Sirene hier. Das ist die neue Sirene hier. Okay, wir kaufen nur noch die guten Messer. Das macht ja keinen Sinn, die billigen zu kaufen. Aussteigen. Ja. 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 Bei dem ist gar nichts. Neun Hallballen. Zwei, vier, sechs, acht, neun. Okay, alles korrekt. 5PY, es war YGK. Du kannst fahren. Äh, ich glaub der war wiederum ausländischer falscher Beruf. Passt nicht zueinander, aha. Das Land ist weiterhin erlaubt, 31. Aber es passt ja auch nichts auseinander, so ist ja... 4242... Tja, du darfst nicht rein, weil... Das stimmt leider... Aber das... Ja, wegen der Fracht... Frachtbrief ist inkorrekt. Okay. Tja, tut mir leid. Ich hoffe, das war jetzt richtig. So, dann gehen wir jetzt mal die Drogen wegbringen. Drogen! Weil wir haben sehr viele Drogen. Und? Ah, scheiße! Aber der Name war doch nicht korrekt. Oder hab ich den falschen Namen überprüft? Der Stand doch stimmt nicht überein. Scheiße! Also... Na gut, wir haben ja vorher auch Mist gebaut. Ich war jetzt ein bisschen zu schnell. Okay. Die Schaufel müssen wir eigentlich mitnehmen. So, Auto reparieren. Das ist nicht mein Tag. Ja... Yo, der Beat! Musik Ich hoffe der Gefangene flieht jetzt nicht Das sind drei, nicht vier gewesen, siehste Ah scheiße Ich bin voll Vielleicht liegen die gleich hier noch, dann fahren wir hier lang gleich wieder zurück Unterhalb des Motels Ist das ein Tiertransporter? Schon wieder mein Auto kaputt geschossen, ne? Ach warte, ich hab doch Platz im Auto Ah egal, machen wir gleich Die Musik ist ja zu leise, weil das Fenster kaputt ist Das hört mich so ein bisschen an Kona So, jetzt nicht explodieren Es gibt's doch nicht Die können nicht gucken, ne? Rechts vor links und so, ist egal was für die Straße das war Es sind irgendwie mehr Autos geworden, ne? Alter, das gibt's doch nicht Die spinnen doch Ich kann jetzt nicht schon wieder anhalten Ich hab zu viel Drogen dabei Mein schönes Auto Ich gucke mal, ob ich grad ein paar Sachen verkaufen kann Das geht leider nicht Sieht so, als wenn ich ihm Kokain verkaufen würde, weißt du? So aus dem Kopf rum raus Also wir brauchen ein richtiges Messer Ein Kampfmesser Das ist halt am meisten aus, oder? Okay Es wird schon spät, jetzt müssen wir uns echt beeilen Unfassbar Scheiße Unverschämt Polizka Scheiße, wenn die Asservatenkammer voll ist Egal Egal Jo, ist das alles raus? Sehr schön Was im Tag, oder? Ich akzeptiere gerne Strafe, wenn ich was falsch mache Aber das mit dem Bus explodieren und 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 Das war dann zu viel Da mussten wir dann neu starten Oh Wie gesagt, ich würd hier gerne überall gucken gehen Zumindest beim Hotel noch die Leute looten, oder? Wow Ach, die sind ja bestimmt nicht mehr Ach, die sind ja bestimmt nicht mehr Ist doch egal Ja, sehr schön Ja Sehr gut Leute, dann würd ich sagen Bis zur nächsten Folge Von Kontrabandpolis Die Regierung schafft neue Arbeitsplätze Also bis dahin wie immer Genossen, gehabt euch wohl Ich bin in meiner Kabine Bis zum nächsten Mal üß